von eben. So, jetzt. Ja. Sind wir live? Ja. Alle Leute da draußen, die heute noch mit mir, Kirsten Buchholzer und meinem Gaststar Christopher Weidner Zeitverbrechen wollen, müssen jetzt ganz schnell zuschalten, weil wir können jederzeit wieder weg sein. Wir haben heute wirklich große Probleme mit dem Internet, das ist auch ganz logisch. Ja, ich habe jetzt auch wieder das tolle Echo. In wenigen Tagen wird Merkur wieder direkt und da macht er immer gerne besonders viele Zicken, wie euch Christopher heute Abend erzählen wird, wenn er zum ersten Mal eine sieben Tage Vorschau auf YouTube macht. Aber erst einmal, lieber Christopher, hallo. Ja, hallo, liebe Kirsten. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass das klappt. Ja, lass uns den Teufel nicht annehmen. Nein, das machen wir auf keinen Fall. Schon gar nicht an so heiligen Tag wie heute. Ganz genau. Und ich habe jetzt leider keine Kontrolle über die E-Cam und weiß nicht, ob da jemand draußen uns zuschaut. Ich muss auch Christopher das Kommentieren abgeben, weil meine E-Cam heute ihren Geist gerade aufgibt. Egal. Wir haben ja schon mal am Freitag versucht, miteinander zu reden. Und wer da reingeschaut hat, hat uns in wundervollen Freeze-Momenten erlebt. Wir haben dann das Ganze abgebrochen, aber wir wollten sehr gerne heute einfach nochmal über das Thema Halloween, How When reden. Und Christopher, so leid es mir tut, du musst leider nochmal ganz von vorne anfangen und den Menschen da draußen deine Sicht auf den 31. Oktober und die Novemberzeit danach erläutern. Ja, ich gebe jetzt mal weiter, dass uns Leute beobachten. Ich kann nicht sehen, wer es ist, aber wer auch immer da draußen ist, der möge doch bitte in den Kommentaren kurz sagen, ob er uns gut hören und gut sehen kann, das würde uns sehr freuen und würde uns etwas beruhigen. Denn, wie gesagt, die Technik mag uns nicht unbedingt, aber wir wollen trotzdem guter Dinge sein. Also einen Daumen haben wir schon gekriegt und wer weiß, vielleicht schalten ja doch noch ein paar dazu. Aber wie immer, das Ganze kann man ja auch noch sich im Nachhinein noch wunderbar anschauen. Es ist ja auch ein, zwar auf diesen Zeitpunkt, hinmoderiertes Thema, aber es ist an sich auch zeitlos. Denn, das ist jetzt meine elegante Überleitung zum Thema, denn das Thema ist eigentlich die Vergänglichkeit. Und Vergänglichkeit ist etwas, was uns zwar in diesen Tagen jetzt, wo der Herbst sozusagen in voller Pracht im Gange ist und auch schon wieder, und man merkt, das finde ich ganz deutlich, was ganz, selbst was ganz Vergängliches ist, denn wir gehen straff auf die kalte Jahreszeit zu und diese schönen Momente, diese schönen goldenen Oktober und den sonnigen Herbst, das ist auch etwas ganz kurzlebiges. Und das sind die Themen dieser Zeit. Das war vielleicht für unsere Vorfahren schon ein, unsere Vorfahren schon so, man merkt einfach, dass die Dinge nicht immer schön glänzend und fantastisch sein können, sondern, dass es eben auch Zeiten gibt, in denen wir damit konfrontiert sind, dass alles, was wir tun und alles, was wir in die Welt setzen, auch sein Ende haben muss. Und das ist meines Erachtens der Hintergrund von allen Überlegungen zu Soween, zu Halloween, zu Samhain, wie manche es vielleicht auch noch nennen mögen. Das ist der Hintergrund, eigentlich, sagen wir mal, die Idee. Das sollte man nicht aus den Augen verlieren, denn es gibt auch in den letzten Tagen wieder unglaublich viele Diskussionen, ja, wann ist denn jetzt dieses Soween? Was ist der Unterschied zu Halloween? Wer macht es richtig? Wer macht es falsch? Und das ist so, fast immer so ein bisschen so eine, also es wird oft so, ja, ich kenne das nur so von theologischen Streitigkeiten, wie man sie früher rund um die richtige Position des Osterfestes geführt hat, aber da gibt es echte Glaubenskämpfe und wundert mich ein bisschen, denn die Grundidee, die dahinter steckt, ist eigentlich unabhängig von irgendeinem Datum. Aber bevor du uns jetzt die Grundidee erzählst, lass uns doch noch einmal kurz über den Zeitpunkt reden, weil ich habe mir da gestern auch Gedanken zu gemacht, wir hatten ja gestern einerseits Halloween, andererseits einen Vollmond, auch noch einen Blue Moon, ne, und wurde nun dieser Zeitpunkt des Soween Halloween errechnet, ich habe einmal gehört, es wurde errechnet als Querschnitt zwischen Sommersonnenwende und Wintersonnenwende, das ist die eine Variante, die ich kenne, die andere besagt, dass es der erste Vollmond in der Herbstzeit ist oder sonst etwas, sag doch mal einfach, welche Theorien da im Raum stehen. Also ich glaube, es gibt unzählige Theorien, die bekanntesten sind die, also zunächst einmal die allerbekannteste, ist die, dass Soween, das tatsächlich ein irischer Feiertag ist, daher auch das irische Wort dafür, dass dies eben am einen in der Nacht auf den 1. November ist, sprich am Abend des 31. Oktober, das liegt daran, dass die alte Zählung eines Tages immer mit dem Sonnenuntergang begann, also das heißt, der 1. November beginnt am Abend des 31. Oktober, das ist eine alte Tradition, die es auch übrigens in der katholischen Kirche heute noch so gibt. Aber, als die Kelten gelebt haben, gab es ja sicher noch keinen 31. Oktober, oder? Ich dachte, den gab es, nur sie nannten ihn wahrscheinlich nicht so, es gab natürlich nicht diesen Kalenderpunkt, aber es gab diesen Zeitpunkt und man muss dazu wissen, diese Kalenderpunkte, die sind definiert nach dem Sonnenlauf, das ist sozusagen die erste, das muss man sich immer bewusst machen. Wenn ich sage, ein bestimmter Tag im Jahr hat eine bestimmte Bedeutung, dann mache ich das, weil wir einen Sonnenkalender verwenden und dann kann ich eben immer sagen, immer wenn die Sonne an einem bestimmten Tag auf oder unter geht, das kann ich am Horizont festmachen, hat ihren eigenen fixen Punkt am Horizont, je nach Gegend, wo ich mich befinde und das ist dann ein bestimmter Tag und so sind ja auch viele Kalenderbauten, die wir kennen, über die Welt konstruiert, ob das Stonehenge ist, ob das Goseck in Deutschland ist, Pömmelte an der Elbe und so weiter, die Kreisgrabenanlagen, das gereicht weit vor die Zeit der Kelten, also da sind wir in der Jungsteinzeit und in der Bronzezeit, da ist von Kelten und Germanen noch gar nicht die Rede und da wissen wir, dass die Menschen die Sonne beobachtet haben und wenn sie an einem bestimmten Tag, an einer bestimmten Stelle des Horizonts aufgeht, dann haben sie diesem Tag eine bestimmte Bedeutung zugemessen. Das ist mal die Grundlage und daher kann man durchaus auch sagen, auch die Kelten werden, die haben diese Tage beobachtet, du hast ja schon zwei erwähnt, die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende und natürlich gibt es auch die Tag- und Nachtgleichen, das sind fixe Punkte im Sonnenlauf, die von fast allen Kulturen, also ich kenne kaum eine Kultur, die sie nicht beobachtet hat und das hat mit dem Lauf der Sonne zu tun. So, und daher kann man durchaus sagen, wenn es einen bestimmten Tag gibt, mit dem ich eine bestimmte Bedeutung verbinde, dann kann ich das beobachten und das wissen wir auch, also ich habe schon erwähnt, zum Beispiel die Kreisgrabenanlage von Pömmelter, das liegt an der Elbe in Sachsen-Anhalt, die hat zum Beispiel eine Ausrichtung auf das Sorween-Fest, also das heißt, der Eingang ist so ausgerichtet, dass wenn ich in der Mitte dieses Kreises stehe, dass dann genau am Tag zum 1. November die Sonne dort aufgeht, genau an diesem Eingang. Damit ist schon mal klar, dieser Tag, der hatte schon früher vor den Kelten eine Bedeutung und damit ist auch ein bisschen das Argument, dass jetzt viele ins Feld führen, ja, ja, aber die Kelten haben noch einen Mondkalender gehabt, erst einmal vom Tisch und es gibt ja viele, die sagen, man darf zu Halloween nicht Sorween sagen, weil Sorween wäre ein Mondfest und da kommen wir auf das, was du sagst, dass man sagt, es gibt verschiedene, dass es nach dem Mond ausgerechnet sei, da gibt es aus der Tradition der Wicca und der Neuheiden, Neopagan-Traditionen die Vorstellung, dass es der 11. Neumond nach Jule sein soll, was natürlich eine Verquickung von germanischen Begrifflichkeiten und keltischen sein soll, oder der 1. Neumond nach der Herbsttag- und Nachtgleiche, einige sagen, naja, aber warum Neumond, dann doch lieber Vollmond, also es gibt dort keine einheitliche Vorstellung, aber jede Vorstellung kämpft natürlich dafür, dass sie die Wahrheit verkörpert, so erlebe ich das. Also, um das nochmal für mich gerade zu rücken, Sorween, keltisches Fest, wahrscheinlich um den 31. Oktober gelegen, 31. Oktober gab es noch nicht, aber nicht mondabhängig, die Mondabhängigkeit eher im Zuge des Neuheidentums entstanden. Ja, auch, also, ich muss gleich noch eine Korrektur einfügen, es ist kein keltisches Fest, es ist ein irisches Fest. Verzeihung, ein irisches Fest. Ja, ich sage das deshalb, ich bin da auch unlängst bei einem meiner Artikel, ich habe da ja einen Artikel dazu geschrieben, gerügt worden sofort, weil ich eben auch schrieb, keltisches Fest, aber die Gescheithafe, wie man bei uns in Bayern sagt, sind gerade zu diesen Zeitpunkten offensichtlich ebenso wie die Geister unterwegs, vermehrt nämlich, und man wird sofort gerügt und korrigiert, denn es gibt immer einen, der es besser weiß. In dem Fall stimmt das tatsächlich sogar, man spricht so leichtfertig von keltischen Tagen, aber es ist nur aus der irischen Überlieferung bekannt. Selbst der berühmte Kalender von Coligny gibt es nicht ganz so hier. Man kann, man muss das echt hin konstruieren. Da haben uns unsere keltischen und germanischen Vorfahren keinen guten Gefallen getan, dass sie uns nie keine verlässlichen schriftlichen Quellen hinterlassen haben. Und daher sage ich immer, ruhig Blut, Sorween, oder wie auch immer, wenn ich das an Halloween mitfeiere, ist das genauso richtig oder falsch, wie wenn ich sage, es muss am 13. am 11. oder welchem Neumann auch immer sein. Denn im Endeffekt, es sollte in diese Zeit fallen. Und als Astrologen können wir ja sagen, Skorpions Zeit passt gut dazu, aber wir würden doch auch nicht einfach sagen, Skorpion ist ein Termin, sondern es ist eine Zeitphase. Und so denke ich, haben wahrscheinlich unsere Vorfahren, das ist mein Gedanke, unsere Vorfahren haben eher an Sorween wahrscheinlich weniger als an einen bestimmten Tag gedacht. Vielleicht haben sie einen bestimmten Tag gehabt, an dem sie bestimmte Riten vollzogen haben, bevorzugt. Und das mag die Nacht auf den 1. November gewesen sein, aber Sorween war sicherlich nicht nur ein Termin, der richtig ist. Also das ist meine Meinung. Und deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass wir uns heute darüber unterhalten. Nein, überhaupt nicht. Nicht am Freitag. Okay, du hattest gerade über Inhalt geredet. Bevor wir über den Inhalt reden, nochmal bitte die Abgrenzung Sorween, Halloween. Also Sorween ist, wie gesagt, die irische Bezeichnung, das ist auch überliefert. Und es ist, Halloween ist sozusagen eine popkulturelle Variante davon, die aber darauf zurückgeht. In der großen Auswandererbewegung 18. 19. Jahrhundert der Iren nach Amerika haben die natürlich ihre Festivitäten mitgenommen und unter anderem natürlich auch so Traditionen wie Heischebräuche, die man zu diesem Zeitpunkt schon in Irland vollzog, also von Haustür zu Haustür zu gehen, sich zu verkleiden möglicherweise in Geistergestalt, aber auch der berüchtigte Kürbis, der ja eigentlich in unseren Gegenden gar nicht vorkommt, ist ja keine mitteleuropäische Pflanze, sondern amerikanische, die hat ihr Vorbild im Jack-O-Lantern, man hat also, weil man ja keine Kürbis- und Europa kannte, hat man Rüben ausgehöhlt und geschnitzt, die nennt man Jack-O-Lantern im irischen Kontext, aber auch, die gibt es auch bei uns im Allgäu, die Rirbe-Gorschter, also hoffentlich spreche ich es richtig aus, alles alte Bräuche, die zu diesem Zeitpunkt stattfinden, wo man irgend so ein Gewächs aushöhlt und eine Kerze reinstellt und das haben natürlich die irischen Auswanderer mitgebracht nach Amerika, dort hat sich das wie alles in Amerika, Think Big, natürlich noch ganz anders entwickelt und wurde zu einem, ja, regelrechten Popkult, würde ich jetzt mal sagen, ohne viel spirituellen Hintergrund und der Name Halloween stammt aus dem Englischen von All Hallows Eve und weil nämlich seit dem 9. Jahrhundert der 1. November der Tag Allerheiligen ist, also der heutige Tag und das auf Englischen eben der Abend davor All Hallows Eve heißt, der Abend vor Allerheiligen aus All Hallows Eve wurde dann Halloween und das kam dann sozusagen wieder über den großen Teich zu uns zurück im Zuge der Globalisierung und jetzt feiern wir halt Halloween und darum habe ich ja auch schon seit gestern ich bin da völlig konsequent mein orangefarbenes kürbisfarbenes Teil an Ich glaube, das hast du schon am Freitag an Ja, ich bin da völlig konsequent bis es vorbei ist aber ich habe schon noch andere Dinge zum Anziehen keine Sorge Okay, habe ich verstanden Jetzt gibt es Fragen da draußen bevor wir weitergehen oder hören alle uns gebannt nur zu Es ist auf alle Fälle als Feedback wir haben eine super Tonqualität man grüßt uns und wir sind gut hörbar und gut sehbar noch keine Fragen Das ist gut also stellt bitte eure Fragen ihr seht, ihr habt hier einen Experten vor euch der euch da noch mal ein paar Sachen Hinweise geben kann Inhalt des Festes lieber Christopher Also man muss es unterscheiden zwischen dem heutigen Allerheiligen das überhaupt nichts damit zu tun hat sondern das ist nur der Namensgeber für Halloween Allerheiligen wie gesagt war ursprünglich mal ein Feiertag der Sonntag nach Pfingsten abgehalten wurde auch heute noch in der griechischen in den orthodoxen Kirchen des Ostens ist das noch so ein Tag an dem allen Heiligen den Bekannten und den Unbekannten gedacht wird Man vermutet dass ich glaube Papst Gregor ist es gewesen ganz bewusst diesen Tag an diesen Zeitpunkt verlegte weil es da eben vorher schon seltsame Umtriebe gab und die Kirche hatte irgendwie immer schon das war immer schon ein Dorn im Auge also haben sie es da hingelegt hat also mit unserem Thema nicht viel zu tun eher das was wir jetzt tun an diesen Tagen an Allerheiligen und auch natürlich morgen noch an Allerseelen das gehört nämlich dazu diese beiden Tage sind ja traditionell verknüpft mit Gängen auf Friedhöfen man stellt eine Kerze auf so hinter mir habe ich ein Bild du kennst es vom alten Südfriedhof deine Lieblingsdame und man sieht eben hier schon das ist aufgenommen an Allerheiligen da sehen wir die Kerzen wie sie da unten brennen das ist das was man macht in vielen Traditionen geht man sogar an die Gräber und trifft dort ja quasi mit seinen Ahnen zusammen es gibt Berichte dass man kleine Picknicks abgehalten hat kleine Speisen abgelegt hat dort also man hat sie sozusagen in den Kreis der Familie wieder geholt und das ist vermutlich oder zumindest so sehe ich es eine Erinnerung an die Ursprungsidee von Sowin nämlich dass die Ahnenen und die Ahnen jetzt wieder unter uns sind oder besonders also sie sind immer unter uns kann man sagen aber es gibt eben Momente im Jahr an denen der Schleier zwischen dem Diesseits und dem Jenseits besonders dünn und durchlässig ist und wir besonders gut Kontakt mit ihnen haben können also das Thema die Ahnen ist so das was glaube ich der Schwerpunkt ist ja ja und gut Vergänglichkeit und Sterblichkeit Blätter fallen von den Bäumen und die Natur zieht sich zurück ja die Tradition dass gerade Kinder in dieser Zeit durch die Gegend laufen und Süßigkeiten einfordern was hat die damit zu tun ja da gibt es verschiedene Ideen dazu also zunächst mal es ist ein klassischer Heischebrauch das kennen wir aus ganz verschiedenen an ganz verschiedenen Terminen das ist auch zum Heilig Drei Könige zum Beispiel wenn sie umherziehen das ist früher an Nikolaus der Fall gewesen dass man dort umherzog also es gibt verschiedene Traditionen auch regionale unterschiedlich wo man so von Haus zu Haus zieht das waren früher nicht immer nur Kinder das waren häufig auch vielleicht Dienstboten die sich sozusagen ja was zusätzlich erbeten haben gerade in den Übergängen wenn sie vielleicht von einem es gibt ja bestimmte Termine im Jahr an denen es fällt mir der Fachausdruck nicht dazu ein wo Dienstboten traditionell Dienstbotenverhältnisse traditionell geendet haben und da hat man dann das dann vielleicht auch noch mitgenutzt 1. Februar war glaube ich so eine Zeit solche Termine genau also wo man so so Wechsel hatte also das gehört alles ein bisschen dazu später hat man das dann schon sehr früh Kindern auch überlassen und da gibt es natürlich auch verschiedene Ideen warum Kinder ich glaube das hat eine lange Tradition überhaupt das heiße Bräuche von Kindern durchgeführt wurden in speziellen Fällen von Halloween geht es auch ein bisschen um das Thema die kleinen Leute ja und dazu muss man wissen in Irland werden werden die Feen und Elfen als kleine Leute bezeichnet the good people oder the little people die Fairies Feen und Elfen ist ein blöder blöde Übersetzung für Fairies weil da stellen wir uns ja immer dann so viktorianische oder so Disney-artige Figuren vor aber in Wirklichkeit sind die Fairies ganz gleichwertig wie die Menschen zu betrachten und aber oft werden sie als the little people bezeichnet und in diesen Nächten in dieser Nacht ist nach der irisch Tradition der Zugang zu Anderswelt besonders durchlässig das heißt auch die little people kommen zu uns so wie wir auch manchmal in ihre Welt können und man gibt ihnen sozusagen als Ehrerbietung als Ehrbezeichnung dass man sie respektiert gibt man ihnen eine Gabe also die Kinder als Symbole für little people genau also sagen wir mal so als diejenigen die the little people verkörpern oder oder in den little people verkörpern also mir fallen jetzt zu dieser ganzen Sache zu einem was du jetzt gerade erzählt hast zwei Märchenlegenden ein der Rattenfänger von Hameln hat der was damit zu tun nicht so sehr okay also fällt mir nur so ein weil das ist auch so mit denen die gehen ja quasi so in so einen Berg hinein ja ich weiß schon also ich glaube ja du hast schon recht ich habe jetzt den Zusammenhang mit Halloween kenne ich das nicht aber die Idee dass Kinder entführt werden von Andersweltlichen ja da müsste man jetzt gucken die Figur des Rattenfänger von Hameln inwieweit weist der Merkmale eines Andersweltlichen auf dass Kinder entführt werden von Andersweltlichen das kennt man gerade auch aus der irischen Tradition aus den irischen Märchen und Vorstellungen und ja und vielleicht hat man mit diesen heische Bräuchen auch versucht die Andersweltlichen auch zu besänftigen oder zu beruhigen damit sie einen auch verschonen das andere was mir einfällt ist Jack und die Bohnenranke ja das hat irgendwie ein bisschen was damit zu tun oder die Bohne als skorpionisches Symbol er geht in diese Anderswelt findet da einen Übergang ich bin mir jetzt gerade dabei ein während du geredet hast aber wird wahrscheinlich nicht direkt damit zu tun haben naja sagen wir mal so die Jack und die Bohnenranke ist natürlich eigentlich ein schamanisches Märchen denn in der Tradition des sogenannten Chorschamanismus gibt es ja diese drei Welten die obere die mittlere und die untere Welt und der Aufstieg in die obere Welt der kann durch so eine Bohnenranke symbolisiert werden das ist praktisch die Axis Mundi die Weltenachse auf der wir dann sozusagen wir auf dem Baum des Lebens auf und absteigen können indem wir dann die Welten wechseln können natürlich wohnt oben in der oberen Welt dann dieser böse Riese das ist natürlich jetzt nicht so so ideal nicht so ideal das ist nicht das was wir wollen wenn wir in die obere Welt steigen die Riesen aus der germanischen Legende dann ja genau da mischt sich das vielleicht wieder ich habe mal gehört dass die Kinder auch gerne zu Halloween eingesetzt werden in Anführungsstricheln weil sie symbolisieren das Leben und man ja zu dem Zeitpunkt von Halloween in die Dunkelheit geht man beschäftigt sich mit den Toten man muss die Vorräte zusammenbekommen die man braucht um durch das durch die Winterzeit zu gehen und dass die Kinder halt wirklich so als Geschenk gesehen werden wer die meisten Kinder hat der kommt halt gut durch den Winter und so weiter ist da was dran? also ich würde sagen ja sicherlich auch ein Aspekt es zeigt mal wieder dass wahrscheinlich viele viele Ebenen sich dahinter verbergen und zusammenkommen also dass Kinder natürlich auch ein sehr hohes Gut gewesen sind oft hatte man gerade wenn man arm gewesen ist eigentlich nur seine Kinder und das war das Kapital das man mitbrachte umso dramatischer zum Beispiel wenn in Hungerszeiten sogar Kinder weggegeben werden mussten sie Hänsel und Gretel zum Beispiel also die die ihre Kinder in den Wald geschickt haben weil sie nicht wussten wie sie sonst über die Runden kommen also das sind alles Erinnerungen an Zeiten in denen Kinder auf der einen Seite ein hohes Gut waren aber Kindern ging es früher nicht immer gut würde ich mal sagen auch wenn sie praktisch Kapital waren ja und manchmal mussten die Kinder auch gut für sich selbst sorgen und auch das könnte in den Heischebräuchen stecken zu Hause haben sie nichts bekommen also sind sie von Tür zu Tür gezogen und haben so hat gewissermaßen die Gemeinschaft zumindest ein bisschen was beigetragen zu ihrem Unterhalt ja echt interessant inzwischen sind immer noch keine Fragen gestellt worden weil ich finde ja du hast da verdammt viel Material das preisgibt ja also Monika meint nur leider kamen gestern keine Kinder zurück zu euch tja in diesen Zeiten ist da auch ein Stillstand und Kerstin wünscht gerade Hallo also wir sind wir reden nicht nur mit uns selbst das ist schon mal ein gutes Gefühl das ist toll und ihr könnt uns auch hören da bin ich sehr beruhigt gut diese Festtage aller Seelen aller Heiligen sind christliche Festtage das hast du schon erwähnt aber ansonsten die Zeit in der diese Schleier durchlässiger sind oder sichtbarer sind als zu anderen Zeiten im Jahr von wann bis wann würdest du diese Zeit ungefähr einordnen die komplette Skorpionszeit also jetzt als Astrologe würde ich natürlich sagen eigentlich die skorpionische Zeit also da fällt das rein mir kommt das ja zu pass weil wie ich am Anfang gesagt habe ich glaube ohnehin nicht daran dass auch unsere Vorfahren einen Termin und nur der ist es sondern dass sie einen Zeitraum hatten in denen sie das gespürt haben dass das sozusagen das Thema ist und da finde ich Astrologie treffender die einfach sagt vom 23. Oktober bis zum 22. November ist läuft hier so durch das Tierkreiszeichen Skorpion und da ist dann die Zeit in der das Thema ist dann kann man sich natürlich Höhepunkte raussuchen also zum Beispiel den Vollmond sicherlich ein toller Moment da hatten wir jetzt gestern das Glück dass er zeitgleich war dann kann man sich natürlich auch den Neumond suchen wenn einem das lieber ist aber auch ganz am Anfang hast du es gesagt wenn man genau die Mitte nimmt zwischen der Herbsttag und Nachgleich und der Wintersonnenwende dann kommt man ungefähr so am 3. November raus 3. 4. November auch das wäre ein guter Zeitpunkt da kenne ich einige die das als Isowin nehmen also auch selbst wenn wir jetzt den gestrigen Tag verpasst haben mit unserer heutigen Ausstrahlung die Zeit ist immer noch da alles was wir jetzt tun und machen es gibt ja nur diese Vorstellung die schon die Ägypte hatten bestimmte Tage sind Lostage an denen muss man dann irgendetwas tun aber offen gestanden glaube ich nicht dass unsere Vorfahren da so penibel waren wir sind in der fluiden hybriden Zeit Qualität möglicherweise ja das ist doch dann vielleicht eine gute Überleitung um diese Lebung vorzustellen die ich gerne euch allen zeigen würde ich schalte jetzt da einfach mal um Kirst mach das mal bitte kannst du uns wieder reinholen dass wir weiter gesehen werden ja momentan achso uns beide du willst dass wir beide noch zusätzlich gesehen werden wie du das öfter machst wenn wir Stadtspürer unterwegs sind aber ich trinke in der Zwischenzeit noch schnell einen Schluck Wein das sieht dann niemand ja einen habe ich schon natürlich dich zuerst ganz klarer Fall während Christopher da mit der Technik arbeitet auch sehr hübsch erzähle ich euch einfach mal etwas kurz zu dieser Legung ich schalte mal nur dich rein wie immer du das möchtest ich habe gestern das bin ich ich du musst dann aber das so machen ja sehr gut lass es lieber auf dem englischen als auf dem deutschen nein sehr gut ich schweige also ich schweige nicht aber ich rede weiter ich habe gestern schon mal mit Ruhe zusammen in einer Gruppe einer Tarot Gruppe in Stockholm diese Legung vorgestellt deswegen ist sie auf der einen Seite auf Englisch auf der anderen auf Deutsch und diese Legung mache ich schon ganz lange ich glaube seit 2005 oder so zu Sarwen oder Halloween je nachdem für was ihr euch entscheidet und sie besteht aus acht Karten und hat die Intention den Seelen nein nicht den Seelen Kontakt den Kontakt in der Anderswelt zu finden der mit dir mit euch in den nächsten sechs Monaten zu einem bestimmten Thema arbeiten möchte wir werden jetzt die Legung nicht zusammen machen aber ich erkläre euch einfach noch einmal die einzelnen Positionen und zwar ihr seht es ist eine Acht-Karten-Legung und ihr braucht ihr nehmt dafür die Karten die ihr gerne haben möchtet vielleicht sind diese Acht-Positionen auch ein bisschen angelegt auf die Acht Jahresfeste die ja auch gerade im Neuheitentum gerne gefeiert werden ich habe versucht herauszufinden von wem ich diese Legung habe ich habe es nicht mehr gefunden ich glaube es ist entweder Rachel Pollack oder Mary Kay Greer gewesen aber ich kann es wirklich nicht mehr genau sagen und im Laufe der Jahre habe ich das auch so ein bisschen für mich angepasst und ich sehe dort also was muss man tun diese Positionen sind die Position 1 ist das Thema mit der Anderswelt wenn wir diese Legung machen gehen wir davon aus dass wir irgendetwas mit der Welt unserer Ahnen oder mit irgendwelchen Geistern Elementarwesen oder anderen Wesenheiten tun möchten also ziehen wir eine Karte für das Thema das da sein könnte zwischen uns und die Position 2 ist der direkte Kontakt mit der Anderswelt wir haben das zum Beispiel gestern vorexerziert da hatten wir dann in der Position 2 eine Hofkarte liegen und das war dann natürlich super gut als einen Kontakt aus der Anderswelt zu interpretieren und wenn ihr diese Karte habt dann könnt ihr euch auch überlegen ob ihr gerade diese Karte noch eine Weile draußen liegen lasst wenn ihr diese Legung schon interpretiert habt und einfach mal schaut was für ein Kontakt da hochgehen könnte hochkommen könnte gestern zum Beispiel hatte eine Frau sofort das Gefühl sie hatte die Königin der Schwerter gezogen dass das ihre Mutter sein würde die vor einiger Zeit verschieden ist also vielleicht steigt da etwas in euch auf ob dann tatsächlich die Mutter das ist oder das Gefühl mit der Mutter zu arbeiten das ist ja dann relativ egal es geht halt darum sich mit dem Jenseits zu beschäftigen die Position 3 ist eine klassische Position die wir in vielen Tarot Auslagen finden nämlich Loslassen wenn ich das Thema was mir die Anderswelt hier vorschlägt bewältigen möchte dann gibt es etwas was ich loslassen sollte was ich opfern sollte das sagt die Position 3 und die Position 4 dann auf der anderen Seite sagt da soll ich aussäen da soll ich meine Energie reingeben und das soll ich wachsen lassen das sind recht einfache Positionen die Position 5 die hat gestern ein bisschen Probleme bereitet bei manchen Leuten das ist der wichtige Seelen Aspekt damit ist gemeint dass ihr hier eine Position habt warum arbeiten wir mit diesem Thema welcher meiner Aspekte meines höheren Selbst meiner Seele meines Ichs wie immer ihr das nennen wollt soll denn dadurch bearbeitet werden und die Position 6 ist dann das Geschenk des Kontaktes an mich also was will mir dieser Kontakt schenken indem er Kontakt mit mir aufnimmt dann haben wir die Position 7 mein Geschenk an den Kontakt warum also was hat der Kontakt davon mit mir in Verbindung zu treten vielleicht möchte der auch etwas aus unserer materiellen Welt erhalten und glaubt es gerade durch mich besonders gut zu finden und die Position 8 ist die Erwartung des Kontaktes das überschneidet sich ein bisschen mit der Position 7 also die tatsächlich erhalte ich erhält dieser Kontakt etwas von mir ob er das will oder nicht aber er hat auch ganz ganz konkrete Erwartungen die er an mich stellt das hat dann wieder was die würde ich in Verbindung mit der Position 2 lesen diese Karte und ja da kann man halt sehen warum geht er mit mir in Verbindung so das ist eigentlich die Auslage Christopher du kannst mal als Repräsentant für alle die da draußen mit Fragezeichen sitzen mir sagen ob du das verstanden hast was ich hier erklärt habe ja fand ich jetzt sehr aufschlussreich also glaube auch sehr leicht verständlich ich beobachte gleichzeitig die Kommentarspalte und da hat sich noch keine Frage ergeben aber wenn welche da sind schreibt sie einfach rein ich gebe das dann gleich weiter genau also ich stelle gerne diese Legung auch noch mal als PDF ein dass ihr jetzt nicht hier ewig diesen Screenshot immer wieder diese Aufnahme immer wieder ansehen müsst aber vielleicht kannst du uns jetzt mal wieder zurückschalten auf normal yes und works like a charm ich sehe die ganze Zeit steht da oben Christopher Weidner bei mir nicht ah interessant dann heißt es vielleicht dass du Christopher Weidner bist und mir das gesagt wird ja wahrscheinlich also ich denke mal seht ihr irgendwie meinen Namen also sonst ich sehe keinen Namen auf der Aufnahme so ansonsten das bin ich im Zweifel und Kirsten Buchholzer ist sozusagen die Moderatorin dieses Gesprächs genau und wir geben uns ja da nichts ja ich denke das ist das Wichtigste was wir heute loswerden wollten ich bin froh dass die Leitung gehalten hat aber Christopher wir wollten jetzt natürlich noch einen kleinen Werbeblock einschalten ja Werbung genau Rita schreibt übrigens nein da ist nichts zu sehen sehr gut dann habe ich vielleicht auch Halluzinationen das ist was möglich Monika sieht Kirstens Name also da scheint sich ja da steht Kirstens Live Chat steht ja unten drunter wahrscheinlich ist es das ja gut dann ist alles gut dann ist alles gut ja kleiner Werbeblock Kirsten und ich wir sind ja ein mittlerweile gut eingespieltes Team wie einige von euch wissen und machen ja auch über Astrologie machen wir so kleine Lehreinheiten nenne ich es jetzt mal eher auch für uns sehr vergnügliche Diskussionen zu den Tierkreiszeichen und zu den Planeten wer wen das interessiert der soll auf dem Kanal der Geheimnisakademie mal vorbeischauen und seit kurzem auch auf dem Kanal von Phoenix Astrologie denn da haben Kirsten und ich ein kleines Projekt nämlich drei Vorträge drei Online-Vorträge die wir im November starten möchten und zwar beginnt mit dem 11.11 das ist der Martinstag um 19.30 werden wir einen Online-Vortrag machen zum Thema die Konstellationen des Jahres 2021 Chancen und Herausforderungen wie auch immer man das untertiteln möchte also da geht es dann ganz allgemein darum dass wir uns mit den astrologischen Themen des kommenden Jahres beschäftigen das machen wir wie immer im Gespräch miteinander auch mit vielleicht manchmal unterschiedlichen Positionen da könnt ihr dann euch selber eure eigene Meinung bilden und dann haben wir noch zwei darauf folgende Vorträge einmal dann am sieben Tage später am 18. auch 19.30 Uhr wieder ein Mittwoch da machen wir das Ganze dann für die einzelnen Tierkreiszeichen die einzelnen Sternzeichen und zwar von Widder bis Jungfrau und am 26. es ist Donnerstag dann um 19.30 Uhr haben wir dann den zweiten Teil dazu nämlich für die Zeichen Waage bis Fische da gehen wir wirklich ganz ausführlich und konkret auf die einzelnen Tierkreiszeichen ein was sie zu erwarten haben wo sie Glück haben werden und wo Pech ich sag das jetzt mal ein bisschen reißerisch und da könnt ihr euch jetzt schon anmelden dazu ich finde wir sind da sehr wohl feil wir haben pro Vortrag einen Obolus wenn ich das erwähnen darf von 12 Euro voranschlagt den Plätze sind allerdings begrenzt muss man vielleicht auch sagen und das Ganze wird in Form eines Online Vortrags sein bei dem ihr auch via einem Chat teilnehmen könnt also ihr werdet uns hauptsächlich uns sehen und uns reden hören aber ihr könnt Fragen stellen über den Chat da freue ich mich sehr wenn ich den einen oder die andere von euch dort sehen könnte Anmeldungen über www.phoenix-astrologie.de Ich werde das auch noch mal in die Show Notes schreiben ist ja wieder alles durcheinander gekommen dadurch dass wir jetzt anders starten mussten ich bearbeite nachher hier dieses Video wir sind übrigens auch jetzt gut auf YouTube vertreten mit den Kanälen von Christopher und auch von mir ich mache jetzt ja jede Woche immer ein Wochentagoskop auf YouTube das habe ich heute auch wieder gemacht unter erschwerten Merkur-rückläufigen Umständen aber ich habe jetzt so stehen gelassen irgendwann bis das dann auch vorbei und wie gesagt heute Abend Christopher um 19 Uhr zum ersten Mal mit seiner sieben Tagesschau habe ich das genannt was haben wir dazu erwarten Christopher ja auf alle Fälle eine Gedenkminute für den rückläufigen ich kam mir gerade vor wie bei der Typ bei den Tagesthemen die macht das doch auch immer so wenn sie dann so übergeben ja und nun zum Sport ja also es wäre ja schön wenn ich mich im Sport besser auskennen würde aber die sieben Tagesschau soll eine Vorausschau für die kommenden sieben Tage sein ich gehe dann so jeden Tag mit den Hauptkonstellationen durch ich mache es zum ersten Mal vielleicht habt ihr Lust vorbeizuschauen auf dem Facebook-Kanal von Phoenix Astrologie findet ihr das und später auch auf YouTube also einfach mal gucken was draus wird und ja wie gesagt ich kann nur Astrologie ich mache deswegen das anfangs von Astrologischen Konstellationen du bist Mitglied des Tarot-Verbandes ja selbstverständlich aber du hast schon Vorträge über Tarot-Karten gehalten auch dies ja außerdem bist du bekannt als Symbologe habe ich auch gehört Scheiß Symbologe Weidner ja in jedem Fall freue ich mich drauf und vielleicht machen Kirsten und ich irgendwann mal ein Joint Venture und dann machen wir mal was zusammen wo Astro und Tarot was ja wirklich sich gut gut miteinander verknüpft Rita fragt noch ja da schreibt man phoenix mit OE also P-H-O-E-N-I-X phoenix Astrologie D-E phoenix-astrologie D-E wenn man es ganz genau sagen möchte ja das war der Werbeblock sehr gut ja und für alle die jetzt nicht der Meinung sind dass Christopher nur Astrologie kann ich finde er hat heute bewiesen dass er doch noch ein paar andere Sachen kann die lassen jetzt bitte ein Like hier unter diesem Video damit sich noch andere Leute anschauen nächstes Jahr haben wir dann eine Konserve die können wir einfach wieder abspulen damit wir diese technischen Hindernisse nicht mehr haben werden ja aber vielleicht machen wir auch nächstes Jahr mal wieder Präsenz Vorträge oder sonst etwas man weiß es nicht auf jeden Fall von meiner Seite ich wünsche euch dass ihr jetzt gut startet in die kommende Woche die ja sicher mit einigen Schwierigkeiten für uns alle verbunden ist und Christopher wird uns auch erklären später warum wieso weshalb das so ist da bin ich mir ganz sicher ich habe da gerade nicht so viele Antworten drauf aber das ist ein anderes Feld möchtest du noch etwas sagen nein ich bedanke mich dass ich heute hier zu Gast sein durfte und freue mich auf eine nächste Gelegenheit und euch da draußen noch eine schöne Soween Zeit genau die wird sich bieten macht jetzt noch eure Legung ihr habt jetzt viel Zeit daheim wenn ihr Fragen zu der Legung habt könnt ihr die auch gerne hier posten ich schaue in die Kommentare rein kann ich dann vielleicht nochmal einen Hinweis geben wenn ihr Fragen zu Halloween und Soween habt dann bitte Christopher die Fragen stellen ja gut Christopher du hast die Kontrolle über das Ende des Videos das überrascht dir jetzt ich werde dies nutzen auch wieder gehen das überrascht dir echt wie ich ein bin es ich ich bin es ich bin